Die Katedralen des Todes Ihre Henker sind schon da Katedralen des Todes Uns hier morgen Tag und Tag Die Katedralen des Todes Wir haben euch gewarnt Hey, schön, dass du dich für unsere Crowdfunding-Kampagne interessierst. Wir planen ein neues Musical. Ein Musical, wie du es noch nie gesehen hast. Das heißt Hitzefrei, das 1,5 Grad Musical. Es geht um Klimaaktivismus, Systemkritik und Rassismus. Aber auch um die schräge Welt der Gegenwartskunst. Tiermaschinen im Menschenzug, der Teufel weiß gescheit. Fatalreiskeit, Erbarmungslos, dem unser ganzer weit. Ich heiße Margarete Rosenboom und bin die Regisseurin. Mein Name ist Gesa Gröning und ich bin für Bühne und Kostüm zuständig. Ich heiße Ates Kalkila und bin der Choreograf des Musicals. Ich habe mir das Musical ausgedacht, also das Buch geschrieben, die Songs getextet und komponiert. Mein Name ist Jan Kömmert. Hier kommt die Queen, die Jet Set Queen. Ich bin verliebt in meine weißen Galerie. Es gibt bereits eine tolle Website zum Musical, wo du Filme, Animationen und viel Musik findest. www.hitzefrei-musical.de Hier steht auch einiges zum Inhalt des Musicals. Diese Website ist sozusagen der erste Aufschlag, um hitzefrei bekannt zu machen. Ich bin ein Kind der Sterne, denn dort liegt es Gott. Ich gewöhne für die Freiheit gegen falsche Stahls. Ich bin ein Kind der Sterne, denn sie lieben nicht. Ich suche nach der Wahrheit, bringen sie Ansicht. Wir wollen Hitzefrei 2022 zur Uraufführung bringen. Um schon mal damit anzufangen, planen wir einen Workshop zu veranstalten, bei dem wir mit DarstellerInnen einige Szenen von Hitzefrei einstudieren werden. Das Ganze findet in Wuppertal im Kulturzentrum Die Börse statt und wird von einem Filmteam und einem Fotografen dokumentiert. Mit dem entstandenen Material und unserer Website bewerben wir uns dann bei Institutionen und gehen auf die Suche nach PartnerInnen, um eine Uraufführung zu realisieren. Auch eine Musical-Tour durch Schulen wäre denkbar. Wann den Sterne lernen, denn sie spiegelt den Moment, in dem die Zeit die Möglichkeit benennt. Wann den Sterne lernen, denn sie zeigt uns den Pfad, auf den sie verheißig belagt. Dieser Workshop kostet Geld. Die Beteiligten sollen nicht ausgebeutet werden, sondern ein Honorar bekommen. Die Musical-DarstellerInnen, die wir gecastet haben, kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und aus Österreichs. Wir würden gerne alle Hotelkosten übernehmen. Dann kommen natürlich auch noch solche Sachen wie Catering dazu. Das komplette Catering für alle am Workshop Beteiligten geht auf unsere Rechnung. Ja, und die Wuppertaler Börse, also die Location, wo der Workshop stattfinden soll, muss auch bezahlt werden. Außerdem entstehen Kosten für Bühnenbild, Kostüme und Requisiten. Denn es ist heiß, heiß. Wir sind zum Kämpfen bereit. Wir sind im Zimmer stolz. Wir bringen Richtigkeit. Es wird die Endzeit. Sag deinen Brüdern Bescheid. Wir streiten rechtsweit. Alles in allem kostet uns dieser Workshop 13.000 Euro. Freundlicherweise haben wir vom Land NRW schon ein KünstlerInnenstipendium erhalten, in Höhe von 6.000 Euro. 3.000 Euro werden wir durch Projektförderung von Stiftungen oder Institutionen bekommen. Jetzt fehlen uns noch 4.000 Euro. Dann erst kann unser Workshop auch tatsächlich stattfinden. Und jetzt kommst du ins Spiel. Wärst du bereit, unser tolles Projekt zu unterstützen? Als Gegenleistung warten tolle Dankeschöns auf dich, die du sonst nirgendwo anders bekommen kannst. Mit deiner Unterstützung gehörst du dann zur Gruppe der Fans der ersten Stunde. Eine Auszeichnung, die es im Musical-Bereich so noch nicht gegeben hat. Eine entsprechende Urkunde bekommst du dann natürlich auch von uns. Ein Newsletter hält dich zusätzlich bis zur Uraufführung von Hitzefrei auf dem Laufenden. Wie sieht's aus? Bist du dabei? Schau dir alle Infos über Hitzefrei, das 1,5 Grad Musical, hier und auf unserer Homepage in Ruhe an. Mit deiner Entscheidung, uns und das Musical zu unterstützen, kommen wir einer möglichen Uraufführung von Hitzefrei einen großen Schritt näher. Wie eine Schattenprinzessin, ich bin nie bereit. Wie eine Schattenprinzessin, ich bin nie bereit. Wie eine Schattenprinzessin, ich bin nie bereit.